ja hallo und herzlich willkommen zu let's play minecraft ja wie ihr hier mal seht ja wahrscheinlich fragen sich jetzt eher ein paar warum dass ich hier auf einmal so heute habe ja ich habe ein bisschen daran weiter gespielt ja weil ja alles zu sehen wie man es aufbaut das wäre glaube ich ein bisschen langweilig und keine angst für die die das sehen wollen wir haben ja noch einige baustellen ja und ja ich habe noch diamanten gefunden ich habe ja kein zaubertisch gemacht aber ja kohle ich habe noch ein diamant wieder entschadet oder wie das auch immer heißt ich habe es wieder vergessen weil ja mache das wirklich nicht oft will damit nämlich etwas dann versuchen ja mal schauen ob es dann mal geht ja war ich glaube er ja nicht so aber ja das ergibt sich dann wahrscheinlich schon also heute haben wir ja eine aufbau folge ja so ich erkläre mal was das hier werden soll das sollte eine kleine farm werden nie keine farm ein baum ein bauernhof ja sollte das mal werden ja aber eben ja da muss man dann schon schauen ich glaube ich besser gerade hier alles so weiter muss ich mich überlegen wo dann wenn die fenster kommen ja ja kann ich dann ich später mal machen ja das ist ja jetzt aber nicht gerade also wollen wir ja hier ja weiß es jetzt nicht eigentlich wären zwei türen geplant gewesen aber ja ja dann baue ich komm dann baue ich dann hier ein bisschen ab ja 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 weil jetzt das haus anders darzustellen ja damit ja dann ist der eingang dann eben dort kommt ja nicht so davon und dort haben ja dann die türen ja ja noch ja für pferde dann wenn ich mal finde ja aber eben muss ich als erstes mal finden und es wird glaube ich schon bald nacht ja 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 das könnte vielleicht ein bisschen langweilig sein aber irgendwie ist es auch die schönste zeit eigentlich der aufbau wo man dann pläne hat eigentlich schon ja wenn das ganze entsteht ja so noch ein ja ja das geht dann auch noch ein dach geschoss ja ja dann seht ihr warum es warum es nicht gerade so gut ist dann einfach ja ich sage jetzt schon hier einfach ein bisschen zu bauen ja weil ich mache ja weil ich mache ja so ein treffendach das kennt ja ja und dann sieht es ein bisschen blöd aus wenn es dann vor mir alles so riesenbreit ist darum jetzt hier der eingang und es wird schon nacht und ich will jetzt nicht dass mich ein körper irgendwie bombardiert und mein haus kaputt macht oder meine also wieder tag ja weil wir können dann schon mal kämpfen aber für die wo jetzt nicht so baufolgen sind tut mir leid aber es wird wahrscheinlich schon noch mehrere geben weil ja es ist ja eben nicht so ja so ein haus zwei und dann reise das wird dann schon ein bisschen mehr ja 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 ist es glaube ich richtig ja das ist ja richtig und ich muss jetzt schnell schauen wie lange ja ich möchte mich schon ja damit entschuldigen weil ich mache ein bisschen kürzer folgen weil ich habe nicht so viel zeit ja so 7 8 ja 6 7 minuten folgen oder 8 aber keine 11 oder so mehr ja aber dafür werde ich glaube ich heute ein bisschen mehrere let's play draufladen vielleicht so 2 oder 3 aber eben mit der schulzeit ist kalt ja so dort haben wir das müssen wir dann auch noch fertig fahren dann das lager ja 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 also ich würde glaube ich langsam sagen dass ich mich von dieser folge verabschiede ja also auf wiedersehen miteinander und bis zum nächsten mal bei let's play Minecraft tro ja 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 Vielen Dank.